So, was muss ich jetzt machen? Ich hab was in ihr gespielt. Äh, mich. Einfach killen. Ah, cool. Mit dieser Person. Ja! Du musst Waffen aufsammeln. Die liegen rum. Und je nachdem welchen Rang sie haben, werden die angetan. Du musst looten. Du musst looten. Ah, okay. Aber boah, sie geht eh nicht mehr. Warum? Das kannst du nicht mehr spielen. Kaputt gepatcht. Echt? Ja, 70 Leute für die Map. Ach so, das ja. Das haben sie echt scheiße gemacht. Oh geil, SVD. Die 70 Leute sind zu viel oder zu wenig? Zu viel, viel zu viel. Ist ein Typi? Nicht nur einer? 40 war schon heftig, wenn du... Aber jetzt ist... Also ich war mal in Clearview. Allein? Ja, allein und... 100 Kugeln sind auf mich geflogen, Alter. Aber wirklich. 100. Übrigens, das Schlimme hier an diesem Scheiß ist, dass du immer nur Waffen findest, die ganz wenig Munition haben. Ja, haben sie auch gerade. 22 Schuss. Das ist wie Battlefield für Arme. Totaler Rotz. Totaler Rotz. Loll, meine Waffe ist gleich leer. Wie schlimmer ist, dass das G3 in Arcock hat. Das geht mir auf den Piss. Na, Arcock gehört auf die Sniper und auf sonst gar nichts. Vor uns, vor uns! Aber 10 Haufen. Oh, 1. Fuck. Gibt's doch nicht! Wieso stirbt denn der nicht? Lunge, leg mal Muni, äh, leg mal, äh, äh, Energie. Oh, helllö. Ach, scheiße, stimmt. Vergiss es. Energie, es geht nicht. Energie! Ja, bin Gott. Meine Waffe ist auch, Alter. Ego! Fuck! Alter, da sind so viele jetzt gerade auf dem Mittelpunkt da, ey. Lass dir, wenn ich wie lange das ist. Ja, auf dem Mittelpunkt, hast schon richtig bekannt. D. Ach du Scheiße! Wieso geht der nicht drauf durch meine Granate? Will der mich... Links ist nix! Ja, doch! Rechts ist der! Ach, rechts ist der! Scheiße! Ich dachte, der wäre dann noch links gewesen, der mega. 4VZ hat er nur noch, die Schwuchtel. Ja. So ne Missgestalt, Alter. Da hinten! Hinter uns! Dark Phoenix! Kommt von hinten, hat mich, äh, ist tot. Warte, echt heavy action hier. OOOH! Ich hab ihn, Mensch! Ich hab ihn! Boah, das geht nur auf die Piss. Das war ne Shotgun. Naja, diese Lacker, Alter. Ah, wer hat denn den jetzt geklaut? Ich! Ah, fuck you! Dau! Was hab ich denn? G36C? Das ist ja nice. Oh, was was anständiges? Hinter uns! Ja, aber ich wette, ich wette mit... Was? Ich schieße dich ein ab und knapp direkt. Ich schieße dich. Ich schieße dich. Ich hab's auch nöt. Nein, ich denke! Ah! 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 Hornos, runterladen oder was ist los? Wie immer halt, Mann. Boah, Alter! Mit was schießt denn der auf mich? Hier explodiert alles vor mir! Oh, hier ist ne AK-47. Down! Oh, geil! Zielverwurz! Armbrust! Oh, die Scheiße! Rabe! Oh, das gibt's doch nicht! Sag mal nicht! Ich hab grad einen gekillt instead! Ich hab grad drei gekillt, weil ich ne AK hab! Nein, mein Scheiß! Anti-Viren-Scanner geupdaled! Boah, Scheiße! Jetzt bin ich tot! Oh Gott! Das ist der Wegner, Rabi! Boah! Wie ein Virus entdeckt, oder was? Naja, auf dem Punkt! Ey, aber bei C ist immer Heavy Trouble Action! Geil! Rabi! Ich bin am meisten los! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wuh! Da stehen ja mehr! Einen hab ich! Schöne Ficker, Alter! Haben wir ja gewonnen! Jo! Ey, Mensch geht ja auch fast! Loll, ich bin, ich bin MVP! 4-6! Mist, ey! Aber ich muss sagen, der 6-fach-Typ! War alles ganz okay, ey! Ich bin nicht MVP! Ich glaub's ja nicht! Sehr schön! Neben uns ist ein Tank! Schabe! Da kommt man sich vor, wenn man die Gelbsucht hat, ne? Wo sind wir denn eigentlich? Hä? Hier ist ein Tank bei mir! Wo schießen wir denn was nach vor uns? Hast du es vor der Blut? Schock! Ja, hau den weg! Ja, kann ich nicht! Ich bin Sanni! Da ist der Tank! Ich bin im dritten Slot, ich kann den ausschalten, den Tank, wenn du... Da ist einer vor uns! Was will er denn da? Hau den weg! Hab ihn! Bin ausgestiegen und hab ihn! Er kommt einfach rausgerammelt! Ja, ich hab ihn! Wollen wir mal, wir fahren ja ein paar Meter weiter, ich bin hier im Moment noch ein bisschen... Ja, wir müssen irgendwie mal ein bisschen irgendwo vorankommen, ey! Hä? Noch ein bisschen betriebsblind im Moment! Wie ist er denn? Das ist nicht so eine Farbe von der Map, dann verrührt man sich schnell! Kann ich verstehen, ja! Da ist einer! Da! Kaplauts! Negativ! Warte, ich wollte mir... Irgendwas hat mich getroffen! Nein, ich hab ihn nicht! Ich hab ihn! Hinter uns! Hinter uns, Heli! Jo! Und Typ? Ja, Typ auch! Fah ihn zusammen! Warte, ich mach jetzt lang! Wollte ihn umfahren! Ich hab beide, ich hab beide! Der Heli hat's getrunken! Alles klar! Das mäht doch nicht! Mach mal eine Rappung, warte! Bleib mal stehen! Warte, das... Eli! Eine Rappung! Wieder heile, heile hinter! Spawn da gleich rechts neben uns, ne? Crazy Copter! Hat kassiert! Hat kassiert, ja! Ist... Ey, wieso kann ich nicht schießen hier? Ausgestiegen, der Kerl! Kann nur markieren, wie eine Soulflammer! Kann ich nicht schießen! Ja, ist er! Kann's auch nicht! Aber das ging doch immer! Da! Tot! Oh, ne! Oh, ganz schlecht! Ganz schlecht! Warte, ich rapp! Ich seh ihn! Gott nicht! Ach, da! Ich rappe! Bleib stehen! Der hat vorbeigeballert! Unsere Chance! Vorsicht, der zielt auf dich! Kaboom! Ja, schön! Der ist ausgestiegen! Tot! Hol' ihn dir! Nice! Schön gemacht, Jungs! Schön gemacht! Ihr seid wieder heile! Heile, heil Hitler! Los, rein! Wie er da rausgehüpft ist! Das ist aus Explosion! Sehr geil! Zwischen C und irgendwas! Auf jeden Fall bei C! Ja, C! Geht gerade die Party ab! Wir kommen mal zu C rum! Vorne mal bei C! Da kommen bestimmt zwei drei Leute! Nach! Im Haus drin! Ähm! Hier rein! Oh nein! Der Tank fährt natürlich volle... Ja, der Tim! Ich sitz auch noch drinnen! Das ist so ein Traum! Hinter uns Jeep! Da sind keine mehr Leute! Wartet! Ich heile euch wieder! Er geht nicht kaputt! Wo seid ihr? Oh! Alert! Das ist der Little Bird! Helikopter! Flansch bleibt stehen! Ja, 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 ja! Hat kassiert! Wir sauch! Fick den Heli! Ich muss mich bewegen! Ja, ja, ja! Ich kann er wirklich cooldown! Cooldown! Oder? Hat noch mehr gefressen! Oh, Tank! Wo denn? Tank hinter dir! Tank hinter uns! Ist U low! Ist U low! Der Heli ist down! Hab ich! Nice! Nice! Oh, Alter! Zit uns! Oh! Der hat nichts mehr! Er ist tot! Okay, danke Jungs! Oh, du bist irgendwie drauf gegangen! Oh, hat jeder seinen Kill abgekriegt? Über euch! Über euch! Über euch! Über euch! Hab ihn! Schön! Ja, ich... Noll, der steht immer noch da, obwohl er... Ja, ich hab da noch mal aus Schreck noch mal eine Armbruchsbolze reingeratzt! Mh, lol! Ja, genau aufs Herz! Weißt du nicht, dass der noch mal als Vampir aufsteht oder so? Mh, hm, 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 hm! Den hab ich! Lol! Da oben sind haufenweise Sniper! Oh, der hab ich! Der hat auf den Dächern! Ah, rechts von mir war er leider! Rechts Tank an der Ecke! Jo! Rauner Typ! Unten! Zwischenstraße! Soll ich bei euch wieder Dienstpunks machen? Ähm, Rapboy? Oder seid ihr eh nicht mehr im Tank? Bin ich! Ne, im Moment sind wir in keinem Tank drin! Okay, dann bin ich jetzt schlipper! Oh, hinter uns! Oh, hinter uns! Schießt hier mit M320 und bei B ist es pure Action! Ja, bin tot! TIRALIMO! Der hat mich gefixt, Mann! Aber was ist vom Weinsinn! ALA WAGMA! ALA IS GROSS! ALA ISN PENIS! Boah, was hier explodiert, ey! Ach Gott! Ah, das nervt! Der Elliot Case, der geht mir auf den Sack! Oh, Mann! Wie er mich gerade abgefügelt hat! Der ist da oben, Benji! Bei dir! Der Elliot Case! Von wo? Immer noch oben! Ah, fuck! Granate! Boah! Unten kommt jetzt auch noch einer rein! Der am Leben! Oh, was? Ich hab den nicht mal gesehen, ey! Scheiß gelbe Farbe! Das ist gar nichts, ey! Was geht's? Impy, komm mal her! Ich bin jetzt runtergesprungen, ich hab keinen Bock mehr! Ach, Scheiß! Die ist von hinten! Oh, Benji! Oh, ich bin hier im Oberkassen-Kopp-Tomat! Bin ich ja bei, das ist prima! Ah, unten sind immer noch frei! Im übelsten Jump! Guck mal, gegenüber auf dem Dach! Ja, ja, warte, warte! Hab einen! Hab auch, was geht denn? Hab beide! Wie kommen die denn auf dieses Scheiß-Dach da oben drauf? Heli! Na, so wie wir! Wir sind auch! Und guck mal, da unten läuft was! Habs! Ausrüstung down! Halt! 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 Warte-Planche, den hol ich mir! Ah, jetzt Jump! Der ist wohl noch gejumped! Yes, Tank! Von hier oben, Junge! Ey, das gibt's nicht! F**K YOU!! Den hab ich! Hubschrauber, Negini-Hubschrauber! Hab ich! Wo ist denn der Negini-Hubschrauber? Hier hinten, hinter uns. Der kommt jetzt gleich das Haus hoch. Soll er was suchen. Oh, Rocket, komm schnell! Nice! Oh, guck mal hinten, Jeep. Oh, fuck zu weit. Hier unten sind sauviele Cubis. Treffer, kaputt mich. Ausrüstung da. Alter, das geht nie ab. Na komm her. Heli... Ach, was ist unsere? Jo. Jeep ist markiert. Eskalieren hier. Wer ist da markiert? Heli, Jeep. Hab ihn. Elliot, take. Da ist ne MAV unter uns. Hat die mal für uns Munition? Ne, ne? Nope. Kann ich gleich ändern. Warte ne Sekunde. Wau, hu, 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 hu. Hehehehe. Alle eh nicht. Oh nein, ich hänge fest mit dem Panzer. Ich bin außerdem abgestürzt. So mit nem Kopfsprung. Oh, Hubschrauber, Hubschrauber. Alarm, Alarm, Alarm im Darm. Er kommt, er kommt. Fickt ihn, Fickt ihn. Runter gesprungen, er ist gestorben. Wie soll denn das funktionieren? Der haut ab, der dürfte sich von mir. Ja. Ja, vor dir vor allem. Ja, ich hab den mal voll ins Cockpit geschossen. Der kommt wieder. Er kommt wieder. Er kommt aber höher. Er hat erstmal ein schönes Haus geflamed, der Idiot. Oh, wir werden von rechts gespapiert. Schlimm ist ein Sniper. Wo denn? Ab ihn schon. Ich kick ihn doch mit der Kahn. Oh, das mit dem B. Ach je, warum stirbt der nicht? B wird genommen. Ne, C wird genommen. Da hinten fährt ein Tank. Geister, da schießt einer auf mich. Elliot. Den Geschwacko. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Wieso bist du eigentlich nicht bei uns im Squad, sag mal? Weil ihr vier seid. Sag doch was, dann machen wir zwei. Achtung, er will wie hinter uns. Ja, Luft. Kann mir aus. Gerne. Oh, jetzt hab ich mich gleichzeitig. Ey, jetzt scheiß. Spaß die auf B. Obendrin immer noch. Wo ist denn? Der hat nix mehr. Der hat nix mehr. Er hat nix mehr. Kommt da ein Heli? Ja. Von wo? Direkt über uns. Oh ja. Abgesprungen. Abgesprungen. Hab ihn. Ich hab den Driver fast. Ja, ich hab ihn auch einmal gehettet. Oh, Snapper, Snapper von unten. Bei B. Hab ihn. Elliot Case war das. Jo, nice. Wo ist der Heli? MLV? Kommt zurück. Ab ihn, MLV. Oh, Heli hat mich. Heli hat mich. Kommt. Ich hab ihn! Loll, wie hat er parkt? 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 Besetzt. Da ist noch ein Tank. Ein Problem, warum nicht? Kommt gleich rein. Aber den Heli mal ein bisschen. Wir müssen mal was machen, Jungs. Wir haben gerade drei Dinger verloren. Ey, Rabi, spring mal an das Gebäude. Was? Wenn du fliegst. Nee, hier links sind sie nicht. Ähm. Warte mal. Da kannst du auch einschießen. Von hier aus. Wo denn? Du musst nach links, 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 links. Danke. Ja, ist das. Hab ich. Loll. Kann mir mal jemand Heilung geben? Ich bin tot. Mein Gott. Ja, aber ich hab übelst viele weggefickt von da oben. Plus den Heli rausgeschossen. Das war ja wieder. Nach oben, Rabi. Da, Ammo. Ja, ja. Kann man nicht irgendwie über den anderen Punkt da hoch? Oh, die Name war nice. Kann ich hier mein verficktes Zweiber kann ich hier nicht aufstellen. Zum Kotzen. Wenn der Heli kommt. Jetzt sind da unten wieder welche. Jetzt sind da unten wieder welche. Cypher. Jetzt trifft man da nicht. Oh. Jetzt hab ich mal ein Stück vom Dings abgeschossen. Aua. M3-20. M3-20. Eliott Case. Danke. Oh, jetzt kommen zwei Tanks und ein Jeep, Jungs. Das nächste Mal sagst du einfach was. Ich hab das nicht gecheckt, dass du tot warst. Oh. Heeeh. Zwei. Oh. Komm schon wieder ein Tank. Hinter uns. Leg mal Muni, Rabi. Jo. Weil viele da unten stehen. Hier schießt man auf A lieber hinter euch. Das nehmen die gerade ein. Da stehen voll viele Typen. Tschüss, Eliott Case. Schwuchtel. Tschüss, Eliott Case. Schwuchtel. Hehehehe. Ich hab da jetzt schön zwei Beine und die L-40 hier drauf gerichtet. Also bei Kill98 ja wohl. Wie er rumfliegt. Ich hab sogar noch ne Metal bekommen. Wir haben sogar gewohnt, ey. Nice, Leute. Das war ne geile. Und wir waren nur Camper, Spackus. 25,5. Hehehe. Tschüss, 10x komplett oben. Hehehe. Außer Lidgy. Hehehe. Es war alleine im Squad. Hehehe. Ja, ja. Es liegt bestimmt am Squad. 4,40 KD. Bam. Hehehe. Tschüss, 10x komplett oben. Tschüss. 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 Tschüss.